Ich hab nur nen guten Plan, wenn die Bullen da gleich hinkommen, Giovanni und ich, wir machen das in dem Laden, ja? Wir sehen zu, dass er uns ein bisschen das Cash gibt und den ganzen Scheiß. Und wenn die Bullen da hinkommen, dann kommt die alle ran gefahren, wir kreisen die Bullen ein und danach nehmen wir die Bullen hoch. Okay, ich bedrohe den, du kümmerst dich um die Cops, ja? Weißt du, was ich zu Erdbeer-Joghurt sage? Das hier. Hoi! Weißt du, was ich zu Inbad-Joghurt sage? Hey! Das hier! Oh! Da sind Cops. Hallo! Alles in Ordnung hier? Ja, ja. Alles gut. Alles gut. Von unserem italienischen Chapter. Hallo, ich bin Giovanni. Ich bin das Dona. Was geht? Ja, nicht zu viel. Ich hab gehört, oder uns wurde mitgeteilt, dass wir irgendwie, wer bedroht wird. Das ist richtig. Wir haben den geschobst. Okay. Er hat Joghurt im Rucksack. Ah, okay. Genau. Wollen Sie mal kurz rauskommen? Nein. Nee. Okay. Wir müssen den erst noch zu Ende schubsen. Die müssen den zu Ende schubsen. Ja. Okay. Okay, mal. Antonio schubs den noch mal. Sieh! So, der Qualm muss richtig in den Rucksack sich verteilen. Sie können das auch einfach lassen. Nee, der hat einen Rucksack auf, der will geschubst werden. Der will geschubst werden? Ja. Das hat man keinen Rucksack auf. Er hat nur keinen Quatsch, der hat nur keinen Quatsch Rucksack an, der es gefälscht. Das ist wahrscheinlich aus der Türkei oder so. Ja, wollen Sie dem dann nicht eher Geld geben, dass er nicht eigentlich rufen kann? Nein, wir sind ein Rocker, wir haben kein Geld. Wir haben nur unsere Vibes, Bruder. Und die Freiheit der Straße. Genau. Aber Sie verletzen Sie nicht, ne? Nein. Wir schubsen Sie nur. Sicher. Ihr habt Sie. Irgendwo. Okay, ich würde vorschlagen, Sie lassen den Herrn jetzt hier in Ruhe. Sie würden von hier gehen. Ich würde einmal kurz mit dem Herrn reden und dann hätten wir das hier geklärt. Und dann? Ja, dann können Sie hier fahren. Oh. So einfach geht das hier? Oh, das wäre jetzt mein Vorschlag. Ich dachte, ich müsste dich erschießen. Nein, schubsen Sie. Wir erschießen, Mann. Ja, bei uns läuft das ein bisschen anders. Ja, bei Ihnen läuft das vielleicht ein bisschen anders. Wir sind aus Italien. Wir sind hier die erste Tag hier. Ah, okay. Wie heißen Sie denn, wenn ich fragen darf? Antonio Banderer. Ah, gut. Also mein Vorschlag wäre, Sie können ja erstmal gehen. Ich würde gerne nochmal mit dem Herrn reden. Kein Problem, kommen Sie rein. Dann hätten wir das hier geklärt, ja? Was kriegen wir hin? Ach, scheiße, das war halt dein Name. Mein Name ist, äh, ja stimmt, ich heiße Giovanni. Ah, Antonio und Giovanni. Giovanni Trapatera. Dann noch einen schönen Abend. Oh nein. Ihnen auch. On the road again. On the road again. Ja, was geht? Hast du einen ordentlichen Alu am Start oder was? Kein Basi? Rohrzange, Springmesser. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich will einen Baseballschläger. Egal, komm, gib mir die Rohrzange. Ich war schon immer gut im Rohre verlegen. 80 Dollar für eine Rohrzange. Ich glaube, es hackt. Er will 80 Dollar dafür. Boah, ist jetzt noch ein Baseballschläger oder reicht das? Ja, das reicht. Alles klar. Hast du mich gerade mal lang geguckt oder was? Hat er doof geguckt? Wir haben euch lieb angeguckt. Nee, Mann. Alles gut. Sehen wir lieb aus? Wir sind ein Prozent da. Hat er ein Problem? Guck auf den Boden. Was ist denn los mit dir? Hab mal Respekt vor ein paar Einprozentern. Alles klar. Okay, super. Warum drehst du uns die kalte Schulter zu? Tue ich nicht. Tust du nicht? Nee. Nimm mal die Maske ab, wenn ich mit dir rede. Gleichfalls. Gleichfalls. Willst du jetzt hier einen auf den Max machen oder was? Boah, warte, mach. So, jetzt können wir weiterreden. Scheiß Kautabak. Genau. So läuft das hier, Mann. Wird jetzt ein anderer Wind hier in der Stadt. Wir sind jetzt hier. Ja, dann willkommen. Danke. Warum lachst du? Findest du uns lustig? Hat er einen Witz erzählt? Mit einer Unterhaltung oder was? Wir schlagen auch Frauen, kein Problem. Das ist das Gleiche. Ja, blutet genauso wie jeder andere auch. Aber guck mal da hinten, der geht wie Hulk. Dann los mit dir. Hat der dich angeguckt? Ja, Mann. Der geht wie Hulk. Hey, willst du einen auf Dicken machen oder was? Was, hallo? Ob du einen auf Dicken machen willst? Hä, was läufst du rum? Ja, darf ich nicht. Was machst du hier so einen auf Dicken, Max? Mach die scheiß Mucke aus. Geht doch. Ob du dich da mal nicht so in die Laterne anlehnst? Wieso? Was hat die Laterne dagegen? Ich hab da was gegen. Ja, Mann. Okay, Entschuldigung. Hey, du grüner Fifi, hast du uns gerade mit angeguckt oder was? Guck mal, dass du weg gehst hier. Wir sind die Einzigen hier mit Bikes. Na genau, verziehe dich. Geht doch. Angsthase. Mal Respekt vor uns. Wir sind die Neuen. Hey, wir sind die Einprozenter. Jetzt wählt ihr ein anderer Wind. Wie heißt der denn? Einprozenter. Ah, okay. Wir sind die Blue Angels. Hey. Wie, Einprozenter oder Blue Angels? Du hast keine Ahnung von der Materie, laber nicht so viel. Warum hast du schon ein Grinsengesicht? Findest du das lustig oder was? Hey, du sollst verpissen, Mann. Hau ab jetzt. Hier gibt es nur einen Biker. Hau ab jetzt. Mit deinem scheiß Drahtesel. Hau ab jetzt. Sonst kassierst du einen, ne, du. Komm her, ich geb dir ne Kopfnuss. Hä? Was denn? Ja, komm. Dein Problem. Willst du ne Kopfnuss noch? Hier fährt keiner Bike außer wir. Genau. Wir sind die Einzigen hier mit Bikes. Hier fährt keiner Bike außer hier. Zeh. Ja. Was seid ihr für Waschlappen, ey? Waschlappen? Ich kann niemand zeigen, was ich für Waschlappen bin. Ja. Hä? Kein Problem. Ja, was ist dein Problem? Oh. Nicht auf die Hau oder was? Ja, Mann. Jungs. Sieh. Jungs. Fahr mal den Alu-Knüppel weg. Du weicher, Junge. Geh auf dein pinkees Fahrrad zurück. Fahr zur Mama. Muck hier mal nicht so rum, ha? Ey, halt die Schnauze. Ey. Sonst hake das gleich. Ja. Hagelt richtig. Ich mach dir gleich mal einen Rollen, hier. Das hagelt hier richtig gleich. Rast gleich aus. Weiter, Mutter. Komm mal runter, ey, ja? Puh. Alter, hast du mich gebastet? Scheiß Coutabac. Hast du gesehen, dass ich in die Richtung da gespuckt hab, oder was? Und wenn, würde ich dich auch anspucken. Lass ich anspucken, oder was? Puck mich an, du fängst hier eine, hm? Stehst du auf anspucken, oder was? Das ist deine Mutter, hm? Hast du was gegen mein... Antonio? Sie. Der hat was gegen die Mami gesagt. Das wird Lennox, Alter. Ich hab keine Ahnung. Ja. No. Doch. Der hat was gegen die Mami gesagt. No. Doch. No. Doch. No. Doch. No. No, no, no. Doch, 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 doch. Wer hat dich einander ruffelt? Hey, Finn. Mhm. Auf geht's. Ja, aber ich weiß erst mal ohne Basis. Zeig doch, du was drauf hast. Mit dem Faust. Oh. Rechts, links. Kämpf gegen den, der auf dem Fahrrad sitzt. Los. Gegen das Mädchen auf dem Fahrrad. Los. Hast du Angst finden, oder was? Dann bist du kein Hangarouren mehr. Wen meinst du am Fahrrad? Der mit dem grünen Kleidchen da. Richtig, mit dem Tü-Tü an. Ey, Keule, das reicht jetzt. Noch ein Spruch und du kassierst, ha? Was denn? Ja. Grünes Kleidchen, dies, das, ha? Irgendwann ist genug. Du kannst die große Fresse haben, ha? Du kannst die... Ja, ich hab große Fresse und jetzt meinst du, weil du mit deinen 76 Leuten ankommst, oder was? Bist du stärker, oder was? Du machst die Fresse auf, bruder. Denkst du denn? Du machst dir die Fresse auf, ha? Natürlich mach dir die Fresse auf, ha? Du hältst jetzt die Fresse und sonst kassierst du rein. Ey, was? Ey. Willst du mir den Mund verbieten, oder was? Ja, will ich, ha? Willst du mir wirklich den Mund verbieten? Will er das? Antonio. Ja. Der will mir den Mund verbieten. No. Doch. No. Doch. No. Ha? Der will mir den Mund verbieten. No. Doch. No. Doch. No. Doch. Okay. Durch das ganze No und Doch muss ich... Ah, da. Puh. Der Kautaback. Ekelhaft. Guck mal, der hat doch zu blöd, um Auto zu fahren. Ha? Scheiße. 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 Ich habe wieder in die Maske. Ja. Ich habe noch ein bisschen. Ja. Ich habe noch ein bisschen. Ist noch warm. Hey, wartet mal hier mit einem grünen Titü. Hey, was ist denn mit euch da hinten? Guckt ihr gerade blöd oder was? Der guckt auf. Drei, ich zahle jetzt, bist du auf die Fresse. Hey, mach mal keine Faxen hier. Hey. 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 Hey, kommt Leute. Komm. Wir klären das. Das gibt eine Beule. Ganz ruhig. Wir klären das. Komm. 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 Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Oh. Kann das auch anders klären. Ich ruf mal. Ich glaub nicht, ja? Wenn die so ne Fresse haben, kassieren die. Ja, das kann ich verstehen. Die sind aus dem Tag. Wir machen ja nicht so ein Maxi hier. Den gelten etwas an. Mega. Bist du ungünstig gestolpert, passiert dem besten Giovanni. Du hättest den sonst fertig gemacht. Aber Meli kommt gar nicht. Ja, ja. Und dann verpissen sie sie sofort. Erst hier auf 28 Leute warten. Das Mädchen mit dem Tutu auf dem Fahrrad. Der schluckt erst ganz tief. Ja, da kommen sie jetzt gleich Mimimis machen, weil sie unsere Bikes abschleppen wollen. Ich seh schon. Ja, ja. Dir ist ein Schnauzei. Hallo. Guten Abend. Der wurde jetzt einfach so umgeklebt. Nö, ich hab nix gesehen. Nö, nix gesehen. Der ist hier glaub ich gestolpert über den Bordstein. Ja, gerade wurde mir erklärt, der wurde hier umgeprügelt. Nö, ich hab gerade in die Richtung geguckt. Alles gut mit Giovanni. Der geht schon wieder. Linke Seite. Hier war ziemlich lang. Eieieieiei. Ah. Kleine Platzwunde, aber jetzt nix Schlimmes. Ich mach das mal kurz sauber. Es brennt jetzt nicht der Sinn. Ah. Heißen hart bin ich. Mhm. Noch mehr. Noch mehr? Okay. Ah. Ah. Sehr gut. So. Warte mal kurz kurz, bist du sauber? Komm mal kurz rüber. Der andere Herr da hinten nimmt auch die Maske ab. Ja, Mimimi, ich war ja schon dabei. Nee, nicht sie. Ich geh doch schon. Ich hab doch nichts verbrochen, oder? Ja, doch, sie hat ne Maske auf. Okay, ich setz sie ab, dann geh ich weg. Nee, du bleib hier. Wieso? Aus was wir haben? Im Grund? Ich kannte ihn auch gerne im Bus Goalie už ausstellen. Das ist okay. Ich halte mich hier an die Gesetze. Ist zwar alles neu, aber ist okay. So, aber jetzt ist hier Phase. So, können wir gehen. Halmon ist, denn bei Ihnen. Das ist Italienerin, Sie haben rote Haare. Also kann ich gehen. Sehr gut. Da hab ich dich dabei. Kann gar keinen Bock mehr. Können sie nicht. Ich bin Gast. Ich bin aus Italien. Bleiben Sie doch einmal bitte noch in der Maßnahme. Die Dame hat gesagt, nur er von mir war nicht die Rede. Kann der eine Herr hier entlassen werden? Komm. Weg. Die Dame sagt gerade, sie wurden nicht entlassen. Achso. Was ist hier los? Können wir weiter? Oh nein! On the road again. On the road again. Sehr geehrte Herr Adler, ich hatte recht. Wir boxen jetzt in dem grünen Tü-Tü. Antonio und Giovanni, komm wir gehen lieber. Antonio und Giovanni. C. Chapter aus Sibela Italia. Wir sind ein Prozenter. Wir sind ein Prozenter. Flieg mal mit deinem Elie weg du. Komm ich schon hoch da. Lökschen. Du sollst gehen. Hey. Weg mit dem Eisenvogel. Weg. Oh oh. Okay. Wir müssen los. Los! Unsere Bikes zu unterstehen, ne? Oh scheiße. Unsere Bikes. Wir müssen zu den Bikes. Oh. Wir müssen zu den Bikes. Die Freiheit. Nein. Blut da. Hast du das gegen den Haley gesagt, hä? Hast du was gegen den Haley gesagt? So an Emily. Oh, oh, oh. Soldat! Jetzt zähl sich den anderen auch noch. Here I am, on the road again. Oh nein, wir werden. Jetzt ist mein Balkum gefallen wegen dir. Kasse dich. On the road again! Auf Wiedersehen!